Und damit was geht YouTube, Selina ist der Kampfstart mit einem wunderbaren, erneuten Video. Wie gesagt, ich probiere gerade in der ersten Woche jeden Tag ein Video zu machen plus ein Stream. Gucken wir mal, ob wir das auch hinkriegen. In dem Video werden wir die Snipers auf Diamond machen. Eines aber haben wir schon, auf dem man fehlen nur noch zwei. Das heißt, wir müssen zehnmal eine Dreierstreak machen. Das soll eigentlich jetzt nicht so schwer sein. Ähm, ja, sollte es, wenn man aimen könnte. Ja, wenn euch doch das Video gefällt, würde es mich freuen, wenn ihr einfach eine kleine Bewertung deines spricht, ein Liken, ein Abo und die Glocke aktiviert und keine Streams mehr, keine Videos mehr von mir zu verpassen. Guckt mal noch auch gerne auf Social Media, Link dazu, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich sehe keinen Gegner. Er ist ja kein Gegner. Wenn ihr Bock habt, mit mir zu zocken, wenn ihr Leute oder Zug zu zocken, tretet doch auch gerne in meinen Disco-Server-Ball. Ja, perfekt. Komplett verhemmt. Nein, Hitmache. Nein! Ach, Schmutz! Ja. Ja. Das ist ein Beispiel, der EU-West nicht. Pardon, leider kein Colette. Egal, nächste Dreier-Streak. Zweifachabschluss sogar. Da schon. Komm, da noch. Komm, da noch. Da ist er, da noch. Komm. Komm. Komm, da noch klein. Süff! Ich chokse. Ich kann immer alles haben. Ich würde auch niemals nehmen können. Ja. Ja. Kein Colette, schade. Jetzt denkst du was. Er ist so ein kleiner Hund mit seiner scheißen, äh, Schrotfländer. Mit der Leiche. Wo kommst du jetzt schon wieder her mit deiner scheiß Schrotfländer, Decker? Ja. Ich krieg grad aber auch darunter echt keinen Rebel-Händer. Ja, sag ich doch. Und ich hab's gar nicht mitbekommen, aber wir haben die Sniper aufgewalt. Auf Diamond. Perfekt. Ich hab's gar nicht mitbekommen. What the fuck? Okay. Es fehlt nur noch ein Sniper. Geil! Boah, danke, Team Edge. Wir sind jetzt in Führung. Ja, gut. Wir haben die Führung abgegeben. Ich hab's auf einen, haben wir einen Natal Streak. Warum nehm ich die eigentlich jedes Mal als Ding? Ich will die gar nicht als Geisel nehmen. Ich will mich wie die zur Freude. Puh. Nächste Treue. Feindliche Treue. Seid aufgeteilt. Ja, okay, dann bin ich dort. Kontakt am Buss. Abschuld. Abschuld. Nein, mach ich das jetzt nicht gleich. Ich bin so tot. Ich bin Weitschüsse bei den Händen so camped. Gott sei Dank, Junge, hab ich ihn vorher nochmal geholt. Ist doch schon. Zwei oder drei. Zwei oder drei ist schick. Bisschen. Sei verspielen, man. Klappt das auch? Ja, ist doch schon. Ah! Musst du da jetzt kommen? Wir haben es jetzt in 25 Minuten hinbekommen. Wir haben es jetzt in 25 Minuten hinbekommen. Wir haben es jetzt in 25 Minuten. Wie ist das Geiles? Das kriegt ich. Nur einer. Ja, okay, komm. Guck mal, ob man die... Dieser eine Typ, der mir gefunden ist, wird... Junge. Lass doch mal gucken wir einfach, dass wir jetzt das Messer nebenbei noch bekommen. Dass er sich aber auch hinlegt, ist aber auch echt frech. Puh. Puh. Das ist ein Hitmarker. Ich hab den gerade direkt getroffen und ist einfach ein Scheiß-Hitmarker. Ah. Klaro. Woher weiß er, dass ich da bin? Er hat mich... Er hat mich aus Zufa gekillt. Ist das feuchtbar. Er hat mich einfach nur aus Zufa gekillt. Er hat mich... Puck, verdammt nochmal auf, wenn du schießt. Hör zu. Das ist so frech wegen der Strangranade. Ja. Puh. Puhuhuhu. Geil. Super Messer Spass, Digga. Hihi. Kann ich hier. Ich muss ein bisschen verdeckt laufen. Geh mal da hoch. Geh mal da rüber und kriegen keinen Geld. Hallo. Er checkt sich, dass ich hinter ihm bin. Aua. Ist tot. Warte, ist er ja noch weg. Nein. Schade. Schade. Irgendwas, dass ich auch ein bisschen agiler bin. Bin ich viel zu langsam. Bin viel zu langsam, Leute. Ich brauche irgendwas, dass ich schneller bin. Ähm. Gewand hält. Ich brauche jetzt auch nicht, was ich hier bin. Im alten Baum. Und was auch noch? Von mir doch was. Checkt mich nicht. Okay. Ah, so ist es besser. ja was als ob so aber ich würde sagen das war es dann wahrscheinlich mal das messer eigentlich noch aufheben im stream das heißt wenn ihr das nicht verpassen wollen wie es weitergeht mit messer und allgemein den krein wie ich ausrasse erfolge also so dran dass du gerne ein abo da lassen leichter wenn es euch gefallen hat auf social media link dass ihr oben in der video beschreibung wir sehen uns heute abend ja